Ja hallo, ich bin immer noch auf der ReaCare und habe was Neues entdeckt. Also ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich habe gesehen, dass es eine Prothesen-App gibt und hier neben mir steht der David, der kein Besserer als selber genau weiß, wovor man spricht, wenn es um Prothesen geht. Sag mal David, was ist die Prothesengemeinschaft? Was ist mit der App los? Was habt ihr da gemacht? Ja, wir haben versucht, die Gemeinschaft alle Betroffenen einzufangen. Jeden Amputierten irgendwie eine Möglichkeit zum Regenaustausch zu bieten. Dort sind Amputierte drin in dieser App, Ärzte, Mediziner, Physiotherapeuten und auch Prothesentechniker, Orthopädie-Techniker. Und natürlich kommen ganz, ganz viele Fragen. Was kommt für mich als Prothesenträger auf mich zu, wenn ich in die Situation einer Amputation komme? Ich kann die App auch einfach mal aufmachen. Sieht so aus, lehrt jetzt. Prothesengemeinschaft ist der Name. Unter anderem, wenn man hier auf diesen Reiter klickt, sieht man hier den Prothesentalk. Jede Woche erscheint dieser Talk, also Podcast und er behandelt alles rund um das Thema Prothesen und Amputation. Also das heißt für mich als Betroffener, ihr habt die ganzen Informationen quasi kanalisiert und dann bekommt bei euch wirklich umfassend von Fachleuten von Betroffenen wie dir, die wirklich wissen, wovon man spricht, die Informationen. So sieht's auch. So sieht's aus. Wir haben auch einen kleinen Reiter Peer, ja, vom Betroffenen zum Betroffenen. Da kann man in den direkten Dialog gehen, ja, zum anderen Betroffenen und ganz, ganz viele Fragen stellen, was auf einen zukommt, wie er das meistert. Also die hilft natürlich echt ungemein weiter und wir haben einfach versucht, diese Gemeinschaft einzufangen. Ja, also finde ich persönlich super. Auch gerade wir als Autoumrüster werden natürlich immer gefragt, darf ich mit Prothese fahren, wie sieht das aus, muss ich unbedingt ein Umbau haben oder geht das auch mit Prothese. Also David, ich finde es super, diese App. Ich kann nur empfehlen, geht drauf, die Prothesengemeinschaft, eine App und die gibt's auch im Apple Shop. Genau, die gibt's für Apple im App Store, ja, und auch für Android-Nutzer im Google Play Store. Einfach Prothesengemeinschaft eingeben und dann findet ihr das. Ladet sie euch bitte runter, die hilft wirklich ungemein weiter. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke auch und dann Tschüss von der Reac her. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.